Doris Otto Franke ist eine deutsche Schauspielerin. Leben und Wirken Doris Otto ließ sich von 1972 bis 1975 an der Schauspielschule Ernst Busch in Berlin zur Schauspielerin ausbilden. Darauf war sie viele Jahre an der Volksbühne Berlin engagiert und spielte in Stücken wie Leons und Lena, der Geizige oder die Ratten. Vor der Kamera stand sie während der DDR-Zeit U.A. in den Rheinpolizeiruf 110 und der Staatsanwalt hat das Wort und spielte die Titelrolle in dem Fernsehfilmsprilore. Otto gehört der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten an. Aktuell wirkt sie am Theater die Baustelle in mehreren Projekten mit. Filmografie 1977 Der rasende Roland TV-Film 1977 Dantons Tod 1980 1980 Sprillore oder das heiße Blut TV-Film 1980 Unser Mann ist König TV-Serie 1983 Polizeiruf 110 Der Selbstbetrug TV-Film 1984 Hexlein TV-Serie 1985 Polizeiruf 110 Traum des Vergessens TV-Film 1988 Der Staatsanwalt hat das Wort. Rosy fehlt TV-Film 1992 1992 1992 2 halbe sind noch lange kein ganzes TV-Serie ZDF 1993 Der Landarzt TV-Serie 1998 Baiko TV-Serie 1998 zu 2002 Verbotene Liebe TV-Serie 2000 Allesatze TV-Serie 2004 0 0